Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Agorash Generations of War. Wir haben hier einen sehr langen Kampfweg vor uns und ich habe mich noch nicht weiter aufgewählt, wenn man Waffen oder so wäre, das mache ich wahrscheinlich vor dem nächsten Event. Aber diesmal wollen wir erstmal ein paar Kämpfe mit uns zurück und schauen, wie stark die Geekner jetzt sind. Vielleicht muss ich auch zu viele ein bisschen leveln jetzt, weil das war schon ziemlich mit Damage-Output, die sich auf Leo im letzten Bosskampf ausgeführt haben. Also war korrektiger Bosskampf, aber so wisst ihr, was ich meine. Jetzt kommen diese starken Monster da vom Bergesgipfel. Ja. Ich habe so ein Gefühl, das wird nicht so smooth ausgehen, wie ich das gerne hoffen würde. Die bleiben auf Distanz, das gefällt mir gar nicht. Ich werde das決定. Los geht's! Sie haben keine gute Range. Das heißt, wenn ich mich einfach so behalte, sollten sie eigentlich nur mal einen Tank angreifen können. Ich schicke ein bisschen weiter nach vorne. Und dann sollte das eigentlich alles safe sein. Genau, ich schicke da den Tank hin. Und dann sollte das eigentlich alles abgefangen werden von ihr. Ich schicke da. 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 Ich zeige dir die Kraft. Okay, der Typ ist sehr weit weg. Ich glaube, er hat nur mit Double Edge an, mehr kann ich nicht vollkommen machen. Kommt er nicht bei mir an, nachher steht der Typ dahinter. Ah ne, steht links davon. Okay, so fast. Na gut. Was machen sie? Er bufft sich. Wenn man länger durchhält. Ist besser, als wenn wir jetzt alle zusammen angreifen. Oh, Magie Schaden. Dafür geht der physische Output runter. Okay. Gut, hab mir umsonst, ähm, Gedanken gemacht. Das lief eigentlich alles ganz smooth ab. Ich würde sie gerne dahinten durchstellen. Hm. Wenn ich so einstelle, ist glaube ich auch ganz okay. Genau. Genau, und dann stelle ich sie genau dahin, wo ich gerade dachte, ja. Mach mal so. Und dich wollte ich eigentlich jetzt bis da hinstellen. Genau. Versuchen wir es mal so. Die Magie hauen wieder ab, das mag ich gar nicht. Nichts, ich kann's sich. Mach mal kurzesting, was haben wir andere SP? Keine SP? Wie weit ist Dein zu und erfährt? Du bist jetzt 20. Wirst du 45? Nice. Wahrscheinlich kommt's auch ein bisschen darauf an, wo man sich befindet und so weiter. Ein Pult. Double Edge Und als sie da steht, können wir auch von Trupple Attack machen Okay Ja, das ist zwar ein ganz guter Schaden, aber sie countern Countert er beide oder nur einen? Nur einen, okay Jetzt sollte eigentlich Impuls eigentlich ausweichen Dann müssen wir nicht noch einen Counterrat einstecken Jo, reicht Vergesst immer, es auszuschalten Was ich nicht unbedingt brauche Können zwar heilen, aber sie ist noch so voll Da lohnt es ihnen einfach nicht Können wir einfach, dass die drei da rechts Den einen Gegner da schaffen Mach das so jetzt nicht, ich warte erstmal Ah, ich kann da rechts gar nicht mit helfen Okay, dann mach mich doch so Ich würde trotzdem gerne mit ihr den ersten Angriff machen, weil er vielleicht nur auf sie kontert und sie hält es gut aus Äh, misst natürlich fast wieder nur Wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt ihn kontert, war das nicht schön Verhaut nicht Tullabwee brauche ich nicht unbedingt Grass war das, ne? Ja, das ist ganz gut Nehmen wir das mal Sollte eigentlich safe genug sein Sollte eigentlich safe genug sein Das ist wirklich so ein gutes Argument So, jetzt hängt alles von denen ab Schafft ihr den Gegner da hinten links, rechts Oh Nicht, vielleicht erst früher gewusst Dann lassen wir Es wird schon reichen für den Gegner, das heißt wir lassen da drüben mit der anderen Leute anreiten Wie sie ist, viel besser als Magie irgendwie, wie es aussieht Nein, bitte töten Danke Aber sein Fall sollte jetzt auch alles reichen für den letzten Rest, oder? Ja Oh man, jetzt schon 50 SP, ich hab grad ein bisschen Angst, dass jetzt nicht so super Moves von den Gegner Aber das lassen wir ja eigentlich zu Oh oh, hat nicht gereicht Ich seh schon, die Gegner werden also auch schwieriger Ich kann dir jetzt einen Superfilter schon überleben, das ist schon Eine harte Sache gerade Sie kommt ja sogar fast an, wow Du wahrscheinlich nicht Oha Hau auf ihn Ne auf sie, ok So sieht's aus Oh, ist der wirklich perfekt geblendet Die an echte geilen Animation manches gilt Wow Der Schaden Echt gefährlich, diese Teile Ich hab' ich geglaubt, ob ich noch heilen kann Wahrscheinlich nicht, oder? Nö Ich muss ja nächste Runde warten Ich mach' mal so Ich weiß nicht, ob ich ihn da gerade jetzt praktisch irgendwie aufstellen kann, dass er irgendjemand helfen kann So, ihre Felder sind da, da, da und da Und dann gehen wir mal da hin Heilungsfelder sind da Und, na toll, der Gegner steht drauf Und ja, ich möchte auf jeden Fall Ihn auch heilen irgendwie Dann gehen wir mit ihr mal Kommen wir da hin mit ihr? Weiß ich gar nicht Das wird noch nicht sein Also sie geht auf jeden Fall da hin Dann schicken wir ihn mal da hin Kommen wir mal aufs Beste Kommen wir mal an So, kommen wir da an, bitte Ja Hier Bewegt sich auch nicht, das ist sehr gut So Kommen wir bei ihr auch an mit dem Heal Tja Aber sie hat doch, sie hat noch acht Oh, perfekt So, ich weiß nur die beiden, die da oben das Schaffen, die zu besiegen Kommst du an? Nö Ich hatte mir Spaß, dass es an den beiden da liegt jetzt Als sich diese Gegner sich bewegt haben Dein Ernst? Du kommst da nicht an? Bitte komm da an Danke wenigstens das Dann können wir sie auch da hin schicken Oder dann kommt sie im anderen Gegner auch noch an Gut Wenn sie jetzt acht einsetzt, hat sie noch elf Ne, hat sie noch Neunze Cool, dann kann sie ihren super Filch auch noch mal einsetzen Nur auf jeden Fall nicht Müssen wir schicken einfach jetzt alle nach oben Noch mal Steal Und Fire Und Double Edge So Eine große Kombo an Große Kombo an Große Kombo an Steal Break Besiegt? Nicht besiegt? Und mal kriegen wir so ein Ding zu dem. Sie kommt ja jetzt mit ihrem Finisher an. Gucken wir mal, wie damage das ist. Ja, okay, ist nice. Ich habe hier einen Magiefinisher, was ziemlich schade ist. Ja, gut, der kann quasi ziemlich lang gedauert, muss ich zugeben. 13 Minuten für ein Kampf. Und die Bewertung war nur B, okay. Keine Blatt, das war ziemlich knapp. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass dieser Folge werde ich auf jeden Fall leveln. Wenn jetzt überall diese starken Gegner kommen, muss ich echt zu I2 Level machen. Okay, aber wenigstens ein Gegner weniger als eben. Nein, 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 das war falsch. Jetzt ist es fertig. Ja. Können wir da bestimmt unseren Tank reinschicken, oder? So kann man sich natürlich auch jetzt stellen, muss ich sagen. Ich weiß, ob ein Heider umzustellen so eine gute Idee wäre. Ich weiß nicht, ob ein Heider umzustellen so eine gute Idee wäre. So, versuch's, versuch's, nochmal. Ja, wird reichen. Außer sie mist jetzt. Ne, schön. Der gefährliche Typ ist weg. So, komm auf das Level an. Der Typ da ist Race Level. 17, 14. Ja, also der Typ da ist auf jeden Fall gefährlicher. Sonic Wave. Impulse Attack. Nein, das war nicht so... ... super effektiv. Okay, ich kann nochmal angreifen. Ich brauche aber Hilfe von allen möglichen Leuten. So. Der Puls war stark. Hat nicht gereicht, schade. Hat noch irgendjemand ein bisschen Energie, um das zu bänden? Aber dann muss man das zu bänden. Ich glaube, der andere Typ kommt gleich näher, hoffentlich. Bitte, bitte. Wow, zwei Schaden. Miss. Noch besser als nur zwei Schaden. Go. Hm, ich finde schade, dass unser Tag eingegliedert ist. Hm. Nee, ist in Lull-Position. Hm, ich weiß nicht so recht, wo ich es hinstellen soll. Aber ich muss zusehen, ich habe Angst, dass sie abhauen. Ich stelle sie mal so hin. Ich bleib da stehen. Mit ihm auch. Hm. Ich muss mit ihr da hin ein Feld. Dann hat sie auch eine gute Verlinkung. Okay. Früher kommt sogar Lea, das wollte ich haben. Ähm, ich guck, taue den Typen da mal. Steal, Fire, Double Edge will ich nicht unbedingt machen. Moven möchte ich gerade auch noch nicht. Dich auch, dich, vor allem dich nicht. Der muss auf jeden Fall weg, der Gegner. Das steht außer Frage. Das war zu viel, oder? Ja, genau gereicht. Gut. Hm, Fire. War schon eh nicht viel Schaden machen, leider. Glaub nicht, dass es reicht, oder? Nö, zu gerade nicht. Nein, nicht aus unserem Tag. So, jetzt warten wir mal ab. Jetzt werden wir das zuerst. Nein, nein, das ist auch nicht. Wir gehen doch mal an. Mach' ich von der Grave mit auf deinen World-Map代el? Dann �ibst du die Bohren! Das war's! So, was haben wir denn also parant? Erst Nummer zweite. Der Counter war viel höher, als der Double-Stellen gemacht hat, toll! Sieh, los. Wow. Also auch du kannst einmal heilen, er hat schon ein bisschen mehr Schaden bekommen gehabt mit dem Counter. Counter ist natürlich ein Abfall, der damage bekommen hat, wenn der angriffen Angriff der Gegner hat. Denken wir ja auch nicht ab, weil es ein Nahkämpfer ist. Aber man weiß es natürlich nicht. Ja, warte mal da stehen bitte. So, haute ab. Nö, okay, gut. Ich weiß ja, es ist gar kein Link, aber es war Joli unbedingt. Was, sie wurde vom Counter besiegt? Ich habe es nicht erwartet. So habe ich es nicht erwartet. Ah, zuerst die keine XP. Ich hätte zuerst mit dem Arzt angreifen sollen. Das wäre gerade so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht für mich. Ja, das ist mein Weg. Das ist ein Weg. Das ist ein Weg. Ich glaube, das ist ein Weg. Ich glaube, Agi hört ja, glaube ich, ausweichen. Sollten Magi auch ein bisschen haben. Ah, Misty ist besiegt. Ich muss in die Stadt gehen. Ähm. Ja. Das ist das Problem. Wenn sie countern können, dann. Ich hoffe, das befällt nicht auf die Zuneigung, wenn sie stirbt. Ich warte mich mal, ob wir irgendwo noch lernen, wie wir Monster fangen können. Oder fangen wir, oder lernen wir das nicht mehr. Ich habe gehört, man kann irgendwie Monster be- Das wird falsch. Nein. Ja. Hä? Ich drück doch runter. Ah, ich kann doch nicht, der Herr nicht bin doof. Ja. So. Ich bin jetzt der Schwerste von den Kämpfen, oder? Das wird der Erste, okay. Da werdet auch schon erwartet, dass hier so stark countert, der Gegner. Ja. Wie ihr wisst, schicke ich die Tänker da rein. So. So, was sie den Fernkämpfer ist. Ich würde sie gerne immer ganz in die Front schicken. Also, sie ist ein halber Fernkämpfer, sage ich mal. Gut, es bewegt sich, stimmt wirklich, nämlich gar nicht. Enttäusch. Break. Ich weiß, dass man gleich den Scal nicht mal sofort zweimal einsetzen kann. Reicht das so? Ja, gut. Jetzt ab zum zweiten. Da können wir doch mal schon nach vorne gehen, oder? Ah, gut, oder nach rechts. Du bleibst ja schön stehen. Ich werde zwar- Cooler, ich habe aber Angst, dass du dann stirbst und keine XP bekommst. Ah, zu Feile, nice. Ich habe sie keinen Überdacht-Dach gedacht. Hm, ich hoffe noch irgendwas, was damage macht. Na, wir chillen mal diese Runde. Den Rest der Runde. Dann wird halt nächste Runde mehr. Okay, er bafft seine Mates, also auch. Oh, super. Was machst du? Sonic Wave? Äh, noch weniger. Okay. 2,90. Du kannst ihn an. Die machen nichts. Nichtst tun, die geht das immer so gefährlich, weil man nicht weiß, was sie vorhaben. Das Spiel ist hier ein bisschen mehr Risky, weil wir ein bisschen beilen müssen. Die Folge geht schon wieder viel zu lang, sonst. Aber wo sind denn noch andere Linkpunkte? Da ist noch ein anderer Linkpunkt. Hm. Mach mal da. Wo sind denn jetzt Linkpunkte? Genau vor dir. Können Sie das eigentlich eine gute Position? So mach ich mal. Okay. Jetzt ist die Frage, wie viel SP haben Sie? 40. Jetzt geht's. Erstmal von allen die SP ja prüfen. Ähm. 40, 5, 5, 20, 5, 5. 10 krieg ich wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich die beiden, wenn ich zwei Achter-Skills mache, könnte ich... Versuch einfach mal was. Vielleicht schaffe ich das ja bei dem Gegner. Mag denn das ein Mist. Vielleicht habe ich jetzt gerade was Neues überlegt, was Neues, das funktioniert. So, jetzt ein Skill mache. Und sage, sie soll da angreifen. Mit Feuer. Und er auch. So. So. Hat sie auch Punkte bekommen jetzt dafür? Nein. Nein. Ihr Skill ist eh nicht so praktisch, muss ich gerade überlegen. Ist eh nur ein One-Target-Angriff. So, wenn wir jetzt das... Ich will, dass sie gecountert wird, will ich nicht. Dann greife ich halt mit ihr. Das ist gerade so eine doofe Überlegung. Wenn ich jetzt schon wieder stirb, will ich nicht unbedingt. Wenn wir jetzt hier angreifen mit ihrem Skill. Und mit ihrem Rush. Ist ja auf jeden Fall tot und kann nicht counter. Okay, das heißt, sind 45, genau. Sollen wir dasselbe noch mal mit dem da machen. Wir wollen also mit Double Edge angreifen. Mit Fire. Mit Fire. Und mit ihrem Rush. Reicht nicht. Die Frage ist, wen countert sich jetzt? Natürlich sie. Wer sagt mir, dass sie den Heilerinnen noch rankommt. Nö. Ist sie noch dran? Ja, ich erinnere. Ach, das kannst du dann nicht machen. Toll. Dann sagst du das jetzt für nächste Runde. Nein, du heizt sie, bitte. Ah. Gut. Gut. Dann wird Impuls jetzt mal an. Stand by. Dann hauen wir den da aus den Latschen. Dann können wir vielleicht da nicht mehr angreifen, oder nö. Ich kann nicht mehr angreifen. Ich bin nicht mehr. Ich habe leicht Angst um ihn, dass er nicht gleich... Ah, er sollte aber eigentlich... Eins hier sollte eigentlich gleich überleben. Wie viel SP hast du? Zehn. Ich dachte gerade schon irgendwie 95 habe ich gelesen. Und die Gegner auf jeden Fall. Weil sie sich für den Mates gerade verlieren. Ich will euch allen die Kraft geben. Ich glaube, dass sie dahinter an. Dann stellt sich die nicht mehr besser hin. Ah, ich habe es gewusst, dass er jetzt überlebt. Ich habe ja noch mal ein paar Punkte. Da ist der Ratsch. Und er ist der erste Forder, ob er siegt. Einschaden. Äh, das Niedel. Ein, ein, einschaden. War klar, dass das kommt. Unser jetziges Problem ist, dass der Typ abhauen wird. Warte mal, ich werde ihn da hinstellen. Das heißt, ich brauche... Das heißt, ich bleibe mit dir so. Mit ihm maschiere ich. Beides geht nach da, ja. Ich sehe es kommen. Er wird da unten abhauen. Das ist eine gute Frage. Wohin haut er ab? Das ist einfach mal so. War so klar, dass er da lang abhaut. Aber sollte eigentlich Leonhardt trotzdem ankommen, oder? Ich denke mal, ja. Obwohl, sie ist verliebt mit ihm. Heißt das eigentlich, dass wenn er dran ist, ich auf den anderen Typen da den Finisher machen kann? Dazu kann ich ihn klein zu einsetzen, weil ich hab viel. Und ich liegt gerade. Wird, dass ich jetzt irgendwas falsch überlege und dadurch einen Fehler mache. Vielleicht nehmen trotzdem so weit runter, wie es geht. Okay. Fire. Jetzt wird er zurückbewegen. Das darf ich auf jeden Fall nicht machen. Nicht schlecht. Dann bericht sich, wenn es einfällt, weiter zum Botgegner hin. So, jetzt kommt er darauf an. Ja, kommt er an. Sie können ihren Finisher machen. Gut, es ist wahrscheinlich vorbei. Nur Notfallzahlbar habe ich ein bisschen mehr drauf. Man weiß ja die. Nö, nö, hat lange gereicht. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Das ist auch für alle. Stärke. Das ist meine und das ist auch für mich. Genau, wie booste ich sie? Sie braucht ja eigentlich auch Stärke, fällt mir gerade so auf. Das ist das Doofe. Mach ich mal so. Müssen wir schauen, vielleicht kriege ich hier mit der Waffe das auszugleichen später irgendwie. Gut. Grana Wind dann, okay. Dann werden wir das nächste Folge wiedersehen und dann werde ich dieses Event hier triggern, weil ich ein bisschen gedevelt habe. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.